Das ist Max. Der hat sich bei Facebook angemeldet. Bei Facebook hat Max 234 Freunde. Im Sommer wollte Max rausfinden, was Facebook über ihn weiß. Deshalb hat er Facebook gebeten, ihm alle Daten zu schicken, die das Netzwerk von ihm gespeichert hat. Dieses Recht haben alle Europäer, denn Facebook hat einen Sitz im irischen Dublin. Es hat eine Weile gedauert, dann schickte Facebook Max eine CD mit 1222 PDF-Seiten. Max war überrascht, wie viel Facebook über ihn und seine Freunde weiß. Facebook hebt seine Nachrichten auch dann auf, wenn Max sie schon gelöscht hat. Was genau Max seinen Freunden schreibt, kann für Werbeleute interessant sein. Damit verdient Facebook Geld. Es könnte aber auch einmal die Polizei interessieren oder Hacker. Das Netzwerk weiß auch, wann genau Max Nachrichten schreibt, wann er sich einloggt und wie lange er sich auf Facebook aufhält. Sekundengenau. Über Max' Freundin Lisa weiß Facebook noch viel mehr, weil Lisa Fotos mit ihrem iPhone gemacht hat. Aus den Fotodaten lässt sich anhand der GPS-Koordinaten feststellen, wo sie gewesen ist. Max würde gerne alle Daten kennen, die Facebook von ihm speichert, auch die mit seinen biometrischen Gesichtsmerkmalen. Doch zurzeit will der Konzern nicht mehr verraten, das sei Geschäftsgeheimnis. Max hat sich deshalb beim irischen Datenschutzbeauftragten beschwert. Der soll den Streit zwischen Max und Facebook jetzt lösen. Der soll den Streit zwischen Max und Facebook nicht mehr verraten, das sei Geschäftsgeheim.